Herbert Prohaska und Hans Krankel gehen unter die Buchschreiber. Es gibt ein neues Buch über das Leben, wird philosophiert. Was ist denn der Sinn des Lebens? Also zuerst einmal, wir haben das Buch nicht geschrieben. Der Sinn des Lebens ist, dass die Leute alles erfahren, wie wir heute denken, dass es nicht nur ein Fußballbuch ist, sondern wir sind beide ja ein bisschen älter geworden und dann was für Gedanken oder wie wir damit umgehen oder wie wir sie heute fühlen. Und ich denke, dass es aber sehr gut gelungen ist. Worauf dürfen sich denn die Leser schon einstellen? Was wissen Sie beispielsweise über Hans Krankel noch nicht? Ich habe in einem Interview gehört, es gibt zum Beispiel eine lustige Geschichte mit einem Auto in Barcelona, das ganz spezielle Kuhgeräusche gemacht hat. Das darf ich jetzt nicht sagen, weil die Leute müssen sich ja das Buch kaufen. Es sind lustige Geschichten, sinnliche Geschichten, ernste Geschichten, nachdenkliche Geschichten. Philosophische Geschichten, aber viele lustige. Und was die Leute nicht wissen, von den vielen tausend Toren, was der Hans Krankel geschossen hat, hat er eines mit dem rechten Fuß geschossen. Und das weiß niemand. Glaubt auch niemand, aber ich bin Zeuge. Wie habt ihr euch zwei denn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verändert oder habt ihr euch verändert? Ich glaube nicht, es ist so wie früher. Ja. Er hat ein bisschen weniger Haar, ich habe weiße Haar. Figurmäßig sind wir beim Tarzan oder beim Gladiator. Also es passt alles, es passt. Es passt. Jetzt habe ich gehört, bei Herbert Boasca steht demnächst auch ein Jubiläum an. Ich glaube, es ist die goldene Hochzeit, oder? Die gefeiert wird. Ja, ist auch nicht ganz richtig, es stimmt bald, aber bei ihm ist sie früher. Ein Jahr vorher, er hat dieses Jahr die goldene und meine Gattin und ich haben es nächstes Jahr. 24 ist wieder schwach recherchiert. Ich war unterwegs, aber Hans Krankel hat schon 1990 ein Buch mit Michael Kuhn geschrieben, oder? Ja, ich habe es nicht geschrieben, der Michael Kuhn hat es geschrieben. Und über dich gibt es auch schon eine Biografie. Wisst ihr, wie viele Bücher es eigentlich über Krankel und Broasca schon gibt auf dem Buchmarkt? Ich habe die Bibliothek. Die Nationalbibliothek kennt man bald vielen, ja. Das stimmt. Gut, dann wünsche ich mir viel Spaß und möge es auf Platz 1 der Bestsellerlisten sein. Ja, danke. Das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön. Jetzt hast du wieder reingehaut mit ÖF24. Wir kennen uns schon so lange, ich war glaube ich zwölf. Er war 14 und wir haben in der Wiener Außenwald gespielt. Er war gespielt bei den Schülern und er gespielt bei den Klaren, ich bei den Großen. Es gibt ein neues Buch über das Leben, wird philosophiert. Was ist denn der Sinn des Lebens? Also zuerst einmal, wir haben das Buch nicht geschrieben. Der Sinn des Lebens ist, dass die Leute alles erfahren, wie wir heute denken. Dass es nicht nur ein Fußballbuch ist, sondern wir sind beide ja ein bisschen älter geworden. Und dann, was für Gedanken oder wie wir damit umgehen oder wie wir sich heute fühlen. Und ich denke, dass es aber sehr gut gelungen ist. Worauf dürfen sich denn die Leser schon einstellen? Was wissen Sie beispielsweise über Hans Krankel noch nicht? Ich habe in einem Interview gehört, es gibt zum Beispiel eine lustige Geschichte mit einem Auto in Barcelona, das ganz spezielle Kuhgeräusche gemacht hat. Das darf ich jetzt nicht sagen, weil die Leute müssen sich ja das Buch kaufen. Es sind lustige Geschichten, sinnliche Geschichten, ernste Geschichten, nachdenkliche Geschichten, philosophische Geschichten. Damals war das so Bundesländermeisterschaft und wir haben im Burgenland gespielt. Und die Schüler und Jugend sind in einem Autobus geworden. Und jetzt kommt dann eigentlich die Lücke beim Aussteigen. Beim Aussteigen hat jeder seine Tasche genommen und ist gegangen. Er erzählt seit Jahrzehnten die Geschichte, ich hätte ihm seine Tasche getragen. Das ist ein Aussteigen aus dem Autobus. Man weiß, dass bei euch bei den Fußballübertragungen auch immer der Schmäh rennt, das Buch hat aber auch durchaus ernste Seiten. Sehr sogar. Und das war eigentlich auch die Grundidee dieses Buches, ein bisschen zu philosophieren über das Älterwerden, über das Leben, über die Familie. Und natürlich, also bei den Zwaren ist natürlich dann automatisch, dass ich mit der Schmäh dann auch dazukomme und auch die eine oder andere Anekdote. Aber rein grundsätzlich ist es eigentlich, sind es Gedanken über das Leben, so wie das Buch auch sagt. Ja, ich glaube nicht. Es ist so wie früher. Ja? Ich habe ein bisschen weniger Haar, ich habe weiße Haar. Figurmäßig sind wir beim... Beim Tarzan oder beim... Beim Schuhlbläbertschügelzern. Beim Gladiator. Also es passt alles. Es passt. Es passt. Wird es sich denn für dich in den vergangenen Jahren auch mit diesen beiden verändert? Ja, bei dem Hans kann ich es weniger sagen. Bei dem Herbert, da bin ich ja fast wirklich... Manche sagen, wir sind schon wie ein altes Ehepaar. Wieso sagst du das jetzt und was bitte? Jetzt wisst du ungefähr, was ich nicht gemacht habe. Aber jetzt ist ein Gespräch mit den beiden. Kann ich die Mama kurz auch zeigen? Ja. Sind Sie stolz auf den Rainer und generell auf die anderen? Nein. Nein. Was soll sie jetzt sagen? Nein, 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 nein. Wir mögen uns sehr. Ja, nein. Ja, hallo. Und was die Leute nicht wissen, von den vielen tausend Toren, was der Hans Kranke geschossen hat, hat er eines mit dem rechten Fuß geschossen. Und das weiß niemand. Glaubt auch niemand, aber ich bin Zeug. Rainer Pariasek natürlich auch mit dabei. Heinz Brühl, habe ich gesehen, hat 77 Bücher geschrieben, laut der österreichischen Nationalbibliothek. Bei dir ist es, glaube ich, das Zweite. Das Zweite. Da habe ich noch einiges vor mir. Und ich glaube, ich werde ihn nicht mehr einholen. Wirst du nicht einholen? Wie ist es denn dazu gekommen? Habt ihr euch dann bei einem glas halt guten Rotwein hingesetzt und über das Leben philosophiert? Tatsache ist, dass der Hans gesagt hat, er ist gerne dabei, aber wenn er den Sommer in Jesolo verbringt, wir sollen zu ihm kommen. Und dann haben wir uns halt ins Auto gesetzt und sind nach Jesolo gefahren und haben dort zweieinhalb Tage verbracht. Und das war dann sehr nett. Da haben wir natürlich schon auch untertags einen Kaffee, am Abend vielleicht ein Kläschen Wein getrunken. Man weiß, dass bei euch bei den Fußballübertragungen auch immer der Schmäh rennt. Das Buch hat aber auch durchaus ernste Seiten. Sehr sogar. Und das war eigentlich auch die Grundidee dieses Buches. Ein bisschen zu philosophieren über das Älterwerden, über das Leben, über die Familie. Und natürlich, also bei den Zwaren ist natürlich dann automatisch, dass ich mit der Schmäh dann auch dazukommen würde und auch die eine oder andere Anekdote. Aber rein grundsätzlich ist es eigentlich, sind es Gedanken über das Leben, so wie das Buch auch sagt. Wird es sich denn für dich in den vergangenen Jahren auch mit diesen beiden verändert? Bei Hans kann ich es weniger sagen. Bei Herbert bin ich ja fast wirklich, manche sagen, wir sind schon wie ein altes Ehepaar. Im Jahr 2000 hat er angefangen, unser Experte zu sein. Es gibt Phasen, da sehe ich wahrscheinlich mehr als meine Frau. Aber verändert hat er sich, glaube ich, insofern nicht. Er ist ein super Mensch, super Charakter und ein richtiger Schmähbuder. Und heute sind auch die Familien, die Enkelkinder mit dabei. Dich hat unter anderem auch deine Mutter, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, begleitet. Nimm an, die ist auch sehr stolz, dass der Bub nicht nur sprechen, sondern auch schreiben kann. Naja, geschrieben hat es ja, wenn man der Wahrheit die Ehre gebietet, hat es ja bei anderen. Also ich habe die Gespräche geführt und niedergeschrieben hat es dann bei anderen. Aber ich weiß nicht, ob Mama stolz ist auf mich, aber ich bin stolz, dass sie gekommen ist und es freut mich sehr. Können wir die Mama kurz auch zeigen? Sind Sie stolz auf den Rainer und generell auf die anderen? Nein. Was soll sie jetzt sagen? Nein, 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 nein. Wir mögen uns sehr. Ja, nein, das ist ja heilig. Undersstatement sozusagen. Aber das war schön zu sagen. Danke vielmals.